Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute machen wir mal mit Box by Rav ein ganz besonderes Video, nämlich wir landen in Tilted und versuchen den Wind zu holen. Ja, ich habe nicht umsonst diesen Tilted Tower Skin an, wir werden jetzt nämlich Tilted landen und versuchen so viel Kills zu machen wie möglich. Also wird nicht ganz einfach werden, aber wird nice werden, dann muss ich sagen, wir sehen uns wieder in der Runde. Let's go Das war gerade ein bisschen laut Du bist ein Schnauze Hetzel oder Hetzel oder Warte Hetzel oder Box Kann auch gerade ein Box Das war gerade ein Box Aber ich habe keine Musik, aber ansonsten geht man gar nichts mehr Hetzel oder Und Ja, ich habe den Am in die Einstlich Scheiß, aber ist auch nicht Hetzel Aber Geist Hetzel 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 aber okay ein umgekehrt muss man kann nicht durch diese scheiß schweiz und die uns beide das ist ein ok ich mag schon wieder an das dramatische musik und ich wollte und noch nie ich kann nicht rein der erstaat ist noch aufnahme warte ich schau mal ja ja wir sind gerade noch full aufnahme alles gut ich mache schon so und ich habe da kommt die an ich habe da kommt die an starten die fang ich relativ gut die Klinik gleich gilt das war so gut das darf noch besser auch das wird man aber auch ich weiß nicht wie man es sagt ich bin ein paar Spiele genauso wie es sind müssen wir so schwer die Anziehung mit ihr auf dem haben wir die rechtliche Runde dann in Ruhe. Wollt grad sein wir also hätten wir jetzt wiegen das denn? Ja, für als du und ich schau, wo wir nehmen müssen. Ja, danke. Oh? Okay. Lenk doch sogar. Oh, 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 okay. Wir müssen den, denn ich hab keinen einen. Komm mal, wir haben hier so einen Stuhl gegen den Deck. Ja. Oh, wir müssen auch hier. Ich muss halt hier. Ja, ich dachte mir auch grad. Wir müssen den Sachen machen. Achso, wir müssen da hin. Da, da. Wie gesagt. Oh, wir haben den Treffstoff. Ja. Eh, warte, lass mal die Dings zu benutzen. Ach. Weges, ich kann den Ausklar, jetzt gleich nix auch. Ach, wirklich? weil ich ja genau markieren kann weißt du ja im auto Prozent um es sei ja ist wir haben sich das machen aber man ist ja gut er ist uns in der Stadt bis zu so und hier ist einfach immer gegenseitig den Weg verschwärts fühlen die Hälfte der Sendung ist hier wo es jemand drin ist der Anstieg was du willst der Rös ab die Karte hoch wird der Junge ich schaust es hier in den ganzen Dien hier sieht diese Bäume wir wollen es wollen ja gar nicht alles und außerliefern was aber das zusammenbleiben Du bist schon wieder... Ja, ja, ich wurde auch von zwei Scheißwürfen angegriffen, ja, die ich wahrscheinlich überhaupt nicht leiden kann. Oh mein Gott, was? Ich hätte uns eigentlich einen Aschis gönnen können. Voll. Weil du hier auch lobes. So, ich hab's gut. So. An der Richtung. Das ist schon viel Spaß. Jetzt können wir wieder mit diese buggyen Bäume, du. Ja, hast du Pump Moon? Ich hab Pump Moon, ja. Kann ich was sagen? Kann ich was sagen? Danke. Ja. 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 Du bist wieder stark, dann waren wir ein bisschen feige. Ja. 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 Ja, die ist ja schon nennig aus. Ja, da geht's. Ja, da geht's. Weih anticurop stand draußen. Hm, hm. Ja, ja, die ist ja schon nennig raus. Ja, die ist ja schon nennig raus. Ja, da geht's ja. Ja, da geht's, da geht's ja. Ja, da geht's ja. immer wenn ich die Krone seh dann oh mein Gott dann irgendwie keine Ahnung ich hieß ein Leder MkS warte ich hab bei dir gerade wieder diese Medizin weggeklar was willst du? du hast gerade irgendwas gefragt hier hast du schon eine goldene MkS? ja ja das ist okay du doch auch ja ich hab mich auf zwei Jumper jetzt gleich geknallt danke irgendwie spawnen die Bäume jetzt hier besser diese Birken spawnen nicht die buchen schon oder was das sind oder eschen aber diese Birken da komm hier ist ein Lampersch wie hier einfach noch die Bäume benenne ganz professionell unterwegs oder? einfach der Profi ja ja genau jetzt brauchen wir jetzt also ne ich geh auch im Gymnasium wir sind schon ich hab mich auf die Gemeinschaftsschule geht ich hab mich auf die Gemeinschaftsschule geht auch schon noch eine zweite Fransprache ne tatsächlich nicht weil ich die Z genommen hab gemetrischt zeichnen als Schwerpunkt aber ich hasse dieses Fach bereue dass ich es genommen hab also es ist schon besser weil wir einen anderen Lehrer es immer bekommen haben aber es ist auch immer nicht so mein Lieblingsfach sonst irgendwie finde ich es voll nice eigentlich also die anderen Fächer die ich hab aber sonst aber jetzt hättest du das einzige Fach eigentlich was ich nicht feier alle anderen ging klar das war so ein Fehler ich hab gleich Latein nehmen sollen weil Latein nimmt jetzt so und so dann hätte ich auch nicht die selben Klassenkollegen die ich jetzt hab dann wäre es auch eine Abwechslung gewesen und hätte ja du weißt eh und ja dann wär das war eigentlich schlecht aber damals hab ich mir so gedacht ja ich wollte kein zweites Schularbeizwach weißt du äh ein viertes viertes Schularbeizwach und deswegen hab ich gezählt gewählt aber irgendwie war das eine schlechte Entscheidung die Projekte erst gar nicht ist der Fall das ist der Fall klar ich will kein Schularbeizwach und ich hier sage ich habe es ein weiterer an die ich bin nein nicht und umgekehrt war die Welt und eröffnen gerade gar nicht klar das ist ich habe ich jetzt eigentlich habe ich wollte ich nicht so und wie sie abgesehen aber nein das ist gar nicht so er hat gar kein Wort der Typ Der Typ ist auf einmal nur ein Krall geboren, alter. Egal, was wir da machen, der Typ. Auch so, im Endeffekt immer gut. Egal, wie ich einfach dieses Schrottgang hasse, alter. Ich leg direkt weg dieses Schmutzbefall. Hier, ähm, trink diesen Schlürftrack. Ja, den gönne ich mir wegen 5VP, so'n Ding. Ja. Ne, egal, ich hab englisch, spanisch und deutsches für mich auch nicht sprengt. Spanisch ist auch nice. Und französisch, oh mein Gott. Warum hab ich nicht damals französisch gewählt? So dumm, ne? Und jetzt, jetzt merke ich, französisch, voll eine neue Sprache. Kann ich also deutsch für mich auch ein Schwer, Fremdsprache. Aber damals war irgendwie so, ich war, kommt in unerfahrenem zu. Und jetzt bin ich so komplett, äh, Fremdsprache, 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 Fremdsprache. Weil momentan in Ford und war noch so viel Franzosen unterwegs. Und ich frag so, can you speak English, can you speak German? Und die können einfach... Ich hab den Huddersprache. Da, hör den Huddersprache. G- Ich hab den Huddersprache. Ich hab den eingerollt. Ich geh nach von vorne auf einmal, ich werde aufgelasert, alles klar, Lüge. Ich mach auf ganz ehrenlose Basis anbeliegend, Alter. Geh? Weg zum Schock. Komm, den haben wir. Ja. Wollen wir pushen dir nach oben? Ne, ne, ne. Oder? Ich weiß nicht. Ich hab Jumpers. Ja, la. Ich hab auch noch eins. Ist auf der Komooter. 64-er mit. Chip. Oh, warte, hier ist einer, einer der... Einer Mutter, ja. Yo, Dinger, was hat er denn alles für? Da kommt einer von hinten. Achtung, zwei. Besser gesagt. Lass abhauen, ich hab Jumpers. Okay, ich glaub, lass uns mal wissen. Komm. Ich hab so... Digga, wie viel Loot liegt denn? Digga, ich hatte gar so Eierflaggen, Digga. Okay, na, ist dann lass wieder runterkommen, bisschen. Ja. Ich hab noch ein Pizzastück, falls du brauchst. Ja. Ich esse jetzt ein bisschen Pizzarega, so ein Ding. Jetzt brauch ich aber dringend wieder hier. Ich überleg runter zu schießen, aber irgendwie haben wir eh eh guten Spot hier. Ja, was brauchst du? Ja. Generell hier. So mitnehmen. Einfach nur zu mitnehmen, aber damit ich safe bin, weiß ich. Frage dich ganz kurz. Und wenn es geht schneller, bevor die Gegner kommen. Ja. Komm runter. Hallo. Ja. Tiefenentsprache, das man mir. Kann ich mir nehmen? Ja. Ich hab' mir einen Gold, meine Ahnung. Hab' mir einen Gold. Ich hab' mir einen Gold. Ich hab' mir einen Gold. Ist es ihr okay, wenn ich ihn mitnehme? Was? Funfangen. Das時間 ... Mr Monkey Youtube lugt mich rein, keine Ahnung. Da hab ich grad kein, Ich hab' mir grad gart breakoutisch. Mr aveructel. Wir haben uns irgendwie hier zu 많은 Eiwelle. Wir sind wo die W checked am Thus und� forgot anwichtig und richtig. Wichtig und richtig. Richtig und richtig netten Humesteem der Halt hatte Ruhe und ist weg. Wir machen schon ein Ding. Red Engen. Ur Spanish. Wann hast du goldnet? Gr夫. und aus dem Grund die Städte zu erledigen kann es nicht um wie ich habe dieses Jahr die ist die was auch immer mehr und ich ist nicht möglich lieber die nicht immer mehr als zu wenig achten jetzt sind wir hier langsam lebt es sollten aufpassen um von sich nicht diese Mammutbäume umschießen diese große Anerkennung ist Ja, das wär kritisch. Weil die Mauer wollen ja noch die richtigste Fett schauen. Digga, hätt ich doch jetzt mal diese, äh, Glühwürmchen, Digga, genommen. Digga, hätt ich jetzt hier alles anzugucken. Wenn man so ziemlich auf Mauer gesetzt. Da kommt jemand von hinten. Hinten, hinten. Hinten! Hinten, Bro! Hinten! Hinten! Oh, Digga, ach so. Ach so. Junge, auf einmal, er macht über mir zu, Digga. Was ist eigentlich so unnötig? Was macht der denn? Ja, das war so unnötig, was er gemacht hat. Ja, warte, hier ist noch, äh, Slashys. Slashys, wichtig und richtig, oder, warte, ich nehm die, geht auf. Ah, meine Kassigen, warte, Slashys. Er sollte schon wieder richtig sagen, ne? Ja. Ich, keine Ahnung, es sind doch einfach besser, wenn man wichtig und richtig sagt. Soll ich mal eben, was ich nicht richtig denken soll sich noch drei Slashys oder als Lernwürttel, drei Slashys oder drei Slashys, drei Slashys. es gibt zwei Solos, komm! Oh mein Gott, unsere Solos! Es sind zwei Solos! Die müssen wir schaffen! Die müssen wir schaffen! Ich krieg mal auf! Weiß runtergefallen? Wir müssen aufpassen, nicht zu aggressiv! Die sollen erstmal fighten und dann klären wir das! Also wenn nur mal einer da ist, dann schaffen wir das! Ja genau! Hast du Granitlern, Jamon? Komm! Der Drohne! Der Drohne! Das ist der letzte! Komm! Ja, aber man muss sowieso herkommen! Wegen Zone! Jaja, aber das wird nicht einfach! Achtung! Ah ja, zwei Leute, alles klar! Jaja! 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 Der *** ist auch eine Krone! Jaja, alles klar! Jaja! Hätte ich Krone! Äh, oder du hast sich grade aus Versehen getaucht! Jaja, da lag noch eine Krone! Egal! Egal! Vielleicht wollen wir nächste Runde wiederholen! Wer weiß! Nisang! Das war's für mein Video. Haut rein. Peace. Das war's für's. Das war's für's heute.